Aber wo ist der Rest? Ja, ja. Was ist der falsche? Den hatten wir ja. Aber da fehlen ja noch mehr. Was sagt denn er dazu? Ja. So, mach mal. Muss ich jetzt hier alles kurz und klein klöppeln, um in die Teile zu finden? Das kann ich ja fast schon gar nicht glauben. Ich stehe sonst anschnacken hier und sage, hey, wo sind die Teile? Äh. Im Wassertank. Da sind die drin. Auf jeden Fall. Da. Gibt's ja gar nicht. Äh. B. Damit hab ich jetzt echt nicht gerechnet. Okay. Jetzt fehlt nur noch einer. Nee. Auch nicht. Hier ist noch was. Meine Güte, ihr habt die aber gut versteckt. Ihr habt das nicht anders gewollt, ey. Das wird ja in den Kisten sein, oder? Ich habe ja alles kaputt gemacht. Ich verstehe nicht gar nichts. Oder liegt das hier schon? Ich habe es nicht gesehen, weil ich wieder blind bin. Nein, da liegt nichts, ne? Sorry. Da. Ich hätte es schon lange finden können, weil hier war ich schon mal. Dann habe ich aufgegeben. Okay, dann wollen wir mal. Okay. Oh, nein. Oh, nein. Ich weiß, warum ich dieessaie sind? Oh, nein. Will ich aber auch mein Dings haben hier. Juhu, es hat geklappt. Ich bin das größte Genie, der geliebte... Nein, Verzeihung. Wir sind das größte Genie. Ich der Kopf, du die Arm und Beine. Sehr gut. Wer mit dem Steinchen? Vielleicht doch nicht das größte Genie. Ich muss wohl zurück ans Reißbrett. Ärger mit dem Motor. Wer kennt es nicht? Ich denke, wir machen weiter, wa? Po? Po Dameron? Du lebst noch? Kumpel! Was ist mit dir passiert? Ich bin aufgewacht und du warst weg. Das Schiff? Alles! BB-8 sagt, du hast ihn gerettet? Wir sollten mit General Organa reden. Sie wird hören wollen, was du zu sagen hast. Komm, BB-8. Geht das auch schneller? Han Solo, ich bin es. C-3PO. Vermutlich erkennt ihr mich nicht aufgrund meines schicken roten Armes. Wie ich zu ihm gekommen bin, ist eine interessante Geschichte. Wen nennst du hier einen alten Langweiler? Gut. General, ich bedauere Ihnen, das sagen zu müssen, aber die Karte von BB-8 ist unvollständig. Wie kam ich nur auf den törichten Gedanken, ich würde Luke finden und ihn nach Hause bringen? Die Auswertungen der Daten von Snaps Aufklärungsflug bestätigen Finsbericht. Das war der Todesstern. Und das ist die Starkiller-Basis. Die Waffe, die das Hosnien-System zerstört hat. Oh, Moment. Falsche Auflösung. Die erste Ordnung. Sie laden erneut die Waffe auf. Unser System ist ihr nächstes Ziel. Alles klar. Wie jagen wir das Ding in die Luft? Irgendwo in dieser Basis muss ein Thermalgenerator sein. Wir besitzen Schutzschilde, die unsere Waffen nicht durchdringen können. Ich kann Ihre Schilde abschalten. Aber dafür muss ich dort sein, auf dem Planeten. Wir fliegen dich hin. Mhm. So. Ihr fliegt mich hin. Ist der Gerät. Aber wo ist er? Wo ist der Schalter dazu? Ist das ein Witz? Vergiss es. Bist du bereit, große Nummer? Ich bin bereit, Solo. Danke. Das wird gutes Geld bringen. Verflickste Technik. Gut. Ich fürchte, Meister Solo hat mich nicht erkannt. Ob ihn mein roter Arm verwirrt hat. Ach, was weißt du schon. Natürlich habe ich dich erkannt, Mensch. Die Bühne ohne Deppert. Gut. Wo geht's hin? Starkiller Basis. Oh, ich denke mal, jetzt geht's so Richtung... Ende zu. Oh, ich denke mal, ich denke mal, ich bin ein Witz. Bühne ohne Deppert. Ich bin ein Witz. Oh, wir gingen. Oh, ich denke mal, ich bin ein Witz. Oh. Ich bin ein Witz. Oh, wie geht's schon. Oh, ich bin ein Witz. Oh. Der Abwassertunnel liegt hinter dieser Anhöhe. Durch den kommen wir rein. Suchen wir Ray. Wo bin ich? Du bist mein Gast. Ich weiß, du hast die Karte gesehen. Und jetzt gibst du sie mir. Aus mir wirst du gar nichts rauskriegen. Gib mir die Karte! Niemals. Warte hier. Diese Schrott-Sammlerin hat dir widerstanden? Die Macht ist stark bei ihr. Dann müssen wir den Widerstand vernichten, bevor sie zu Skywalker gelang. Waffe bereit machen. Oberster Anführer, ich bekomme die Karte von ihr. Bring sie zu mir. Du wirst jetzt diese Fesseln lösen und aus dieser Zelle gehen und die Tür offen lassen. Ich werde jetzt diese Fesseln lösen und aus dieser Zelle gehen und die Tür offen lassen. Die Schilder, ich habe schon nachgedacht. Hey! Eindringlinge! Rebellen sind in die Basis eingetrunken. Eliminiert sie auf der Stelle. Sonst komme ich persönlich runter. Das wollt ihr nicht. Na schön, große Nummer. Und jetzt? Phasma wird sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, persönlich runterzukommen. Und dann bringen wir sie dazu, die Schilde auszuschalten. Ganz einfach, was? Wo bin ich? Da. Phasma werdet ihr nicht so leicht ausschalten. Sie sind alle nutzlos. Immer muss ich alles selber machen. Was hattest du für eine Arbeit, als du hier warst? Sanitärdienst. Sanitärdienst? Meine Kuppe ist es hier. Kante einziehen! Kante einziehen! Okay. so ich würde es gern mal wissen komm ich da rum da kannst du dich da nicht jetzt Ernsthaft? Na. Bringt eh nichts. Kannst nicht weiterklettern, ne? Guckt er nicht irgendwie rein? Na ja, das war nur so einer. Ja. 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 Die müssen wir immer noch kaputt machen. Ray? Ray! Sie ist okay. Gutes Mädchen. Okay. Ganz kaputt kriegen wir's nicht. Schade. Ja. Oder? Nicht wirklich. Mach die Tür auf! Auf die Schneele wird das nicht gehen, Sir! Auf die. War das eben ein Wort? Wie lange? Oh, oh, oh. Alter, war der schlecht. Auf die Schneele. Alter, ihr habt doch... Ihr habt doch Lack gesoffen, oder? So, ist dann kaputt gemacht. Wir sind bei Blau schon. Kann ich jetzt hier irgendwie was machen? Schade. Ich dachte, ich komm hier irgendwie rein. Aber irgendwie... Ist das... Schade. Ich gucke. Spere Tag nicht. Ich gucke dich allein. Ich gucke mich die �ache. Hallo? Auch wieder nix. Weiter oben. Ja genau, das ist der. Das hab ich aber geschnallt. Hier brauchen wir noch das Aber sie sucht uns. Und sie hat die Dinger aufgelassen. Feinklinge, hört auf, euch zu verstecken. Euer alberner Widerstand ist bald vorbei. Bist du dir das sicher? Wenn wir Phasma fangen wollen, brauchen wir unbedingt diesen Energiekern. Na los, zeigt euch, ihr Feindlinge. Oh, Alter. Wenn sie da drauf tritt, bekommt sie den Schock ihres Lebens. Es hat geklappt. Jetzt ist euch das Lachen vergangen, was? Hör auf, große Sprüche zu reißen und schnapp sie dir. Denk an den Schild. Eindringlinge entdeckt. Auf ihrer Position vor Rücken. Für die ersten Ordnung. Erschído Einwunsch. Erschön. Leer Schild. Erschön. 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 Dieser Plan kann nur funktionieren, wenn wir den Energiekern einsetzen. Ich weiß ja nicht mehr, wo die alte gerade ist. Ich weiß ja nicht mehr, wo die Erde ist. Oh, shit. So, komm. Wenn sie unter dieser unverdächtigen Brücke durchgeht, macht es... Booms! Ah, okay. Bring sie in den Kontrollraum. Dort können wir den Schild ausschalten. Ich mache keinen Fehler zweimal. Machen Sie die Tür auf. Los! Freut euch nicht zu früh. Eure armselige Bande wird diese Basis niemals zerstören. Egal, ob ihr mich gefangen habt oder nicht. Ist sie denn gefangen? Soll ich euch den Eimer vom Kopf pusten? Schilder abschalten! Du machst einen großen Fehler. Was machen wir mit dir? Gibt's hier irgendwo einen Müllschacht? Eine Müllpresse? Die gibt's tatsächlich. Finn, was machst du denn hier? Erst flüchten, danach umarmen. Die Schilder sind offen. Sind fast da. Beschießt das Ziel. Konzentriertes Feuer. Nehmt so viele andere, wie ihr könnt. Ach, ein Volltreffer. Aber es hat nichts gebracht. Wir haben jede Menge Sprengladungen dabei. Wir sollten sie benutzen. Wenn ihr da rein wollt, muss ich den Stromkasten finden. Ah, die Kleine weiß, was sie tut. Starkiller, Königin. So. Freispiel freigestaltet. Na klar. Die nehmen wir mit. Achso, ne, hab ich gar nicht drauf geachtet. Die waren doch nicht Jedi. Ich war der Meinung. Ich glaub, es war letztes Level oder so. Fiese Aktion. Eingeschneit. Oh. Alle. Gar kein Ja, klar. Schon gut, schon gut. Nur die Ruhe. Ich komme schon. Ja. Los, komm. Ja. Das war's. Du hast ja, klar. Ja. Diடchen. erves** Untertitelung des ZDF, 2020